Vielleicht brauchten wir genau diese Art von Signal, um aufzuwachen und mit mehr Verantwortung umzugehen mit unserem Land. Die Not wird natürlich sehr groß werden. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Menschen sind schwer verletzt, haben ihr Heim verloren, brauchen Nahrung. Ich will nicht klischeehaft klingen, aber wir sind einiges gewohnt und vielleicht können wir uns auch der Asche wieder erheben wie der Phönix. Vielen Dank.